In der Privatklinik Töbling arbeiten 450 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und über 500 Belegärztinnen und Belegärzte. Alle gemeinsam haben wir das Ziel, unsere Patientinnen und Patienten bestmöglich zu betreuen. Auf unseren fünf interdisziplinären Bettenstationen betreuen wir sowohl operative als auch konservative Patientinnen und Patienten. Die fachliche Diversität bietet nicht nur eine große Herausforderung, sondern auch ein breites Lernspectrum und Weiterentwicklungsmöglichkeiten für unsere Kolleginnen und Kollegen. Die Privatklinik Töbling steht für mich für eine fachliche Kompetenz. Es arbeiten alle teamorientiert und die Qualität hat einen hohen Standard. An meinem Job gefällt mir besonders, dass ich hier bei so vielen verschiedenen Fachbereichen überall etwas Neues dazulernen kann. Also dadurch, dass wir in der Privatklinik Töbling ja ein recht großes Haus sind, hat man viele Jobaussichten, kann sich immer weiterentwickeln und es ist immer etwas Neues dabei. Uns ist wichtig, dass sich unsere Patientinnen und Patienten bei uns wohlfühlen, weil dies maßgeblich zu ihrer Genesung beiträgt. Zusammenhalt in unserem Team ist sehr groß. Das ist ein sehr wichtiger Faktor, besonders in unserem Job, weil wir haben sehr hohe Verantwortung. Es ist mein zehntes Jahr hier und besonders gefällt mir, dass ich werdende Eltern und frischgepackene Eltern bei ihrem Weg begleiten darf, weil das ist ein magischer Moment und deswegen bin ich auch Hebamme geworden. Wenn ich an jedes Kinderlachen denke oder an jedes Dankeschön, das ich bekommen habe oder wenn ich die Kinder wieder sehe nach ein paar Jahren, wenn sie schon größer geworden sind und ich sehe, wie sie sich entwickelt haben. Jedes Mal, wenn ich das erlebe, ist es für mich eine schöne Erinnerung. Die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freizeit, das sucht seinesgleichen. Die Dienstzeiten in der Privatklinik Töbling im Gastronomiebereich kann man mit den Dienstzeiten in der normalen Gastronomie nicht vergleichen. Wir haben bei uns eigentlich kaum Abenddienste, also der späteste Dienst endet bei uns um 19 Uhr. In der Privatklinik Töbling sollte man sich bewerben, weil wir hier ein breites Spektrum an verschiedenen Fachbereichen haben und es einen großen Zusammenhalt im Team gibt. Zusammen sind wir einfach ein Power-Team.